Herr Erdl, die Titel Ihrer Keynote auf der Vatrium Powerwall lautet Datenblätter, Dichtung und Wahrheit. Das impliziert natürlich, dass das, was da drin steht, nicht immer das genau Richtige ist. Hat sich das in den letzten Jahren verändert? War das früher Überbesserung? Es hat schlechter geworden? Teilweise hat es sich verändert. Es gab schon immer natürlich die Neigung, ein Produkt in den Datenblättern möglichst positiv darzustellen und hier ein bisschen zu beschönigen. Natürlich, wir haben immer mehr Wettbewerbsdruck. Insofern ist natürlich die Neigung, da was positiv darzustellen, größer geworden. Das ist bestimmt ein Effekt, warum sich das verändert hat. Der zweite ist, dass immer mehr Datenblättern automatisch aus Datenbanken generiert werden. Und da ist es schwieriger in Datenbanken, die ganzen Randbedingungen auch mit darzustellen. Also ich glaube, es gibt einen markttechnischen, es gibt einen sachlichen Grund. Ich denke mir, einer der am meisten missverstanden und missgedeuteten Begriffe in diesem Zusammenhang des MTBF. Könnten Sie mal sagen, was MTBF auf keinen Fall ist und was MTBF wirklich bedeutet? Ja, sehr gute Frage. MTBF ist auf keinen Fall die Lebensdauer. Und damit wird sie sehr oft verwechselt, weil die Lebensdauer wird in Stunden spezifiziert und die MTBF wird in Stunden spezifiziert. Insofern ist die Verwechslung naheliegend. Aber die Lebensdauer gibt einen Verschleiß an. Wann ist aufgrund von Verschleiß-Effekten das Produkt nicht mehr sinnvoll brauchbar? Und die MTBF gibt die Ausfallrate an als statistischer Mittelwert, der aber schon nach der ersten Betriebsstunde eintritt. Und die beiden Begriffe werden also sehr häufig auch sogar von Fachleuten verwechselt. Und dazu muss man eben dann auch genau spezifizieren, wie sie gemeint sind, wie sie zu verstehen sind. Ich denke mir, ein anderer Begriff, der sehr interpretationsbedürftig ist, ist Wirkungsgrad. Was sind Ihre Erfahrungen? Wo würden Sie sagen, darauf bitte schön achten, wenn ich nach Wirkungsgrad in einem Datenblatt auswähre? Technische Angaben sind ja immer unter gewissen Betriebsbedingungen gemessen und müssen auch so erklärt werden. Also eine Angabe wie zum Beispiel Wirkungsgrad ohne die Betriebsbedingungen, bei welcher Last, bei welcher Eingangsspannung, vielleicht sogar noch nach welcher Einlaufzeit, bei welcher Umgebungstemperatur, ist eigentlich nichts wert, weil man sie nicht verwenden kann. Das ist dann einfach eine schöne Zahl und jeder versucht beim Wirkungsgrad die höchstmögliche Zahl zu erreichen. Aber wenn eben die Bedingungen nicht klar sind, dann kann man nicht viel damit anfangen. Was beim Wirkungsgrad auch oft gemacht wird, weil man eben möglichst hohe Zahlen möchte, dass man dann schreibt bis zu 95 Prozent Wirkungsgrad. Wenn man sich das sprachlich genau anschaut, dann heißt der bis zu ist eine Obergrenze. Als User interessiert mich aber eher die Untergrenze. Also bei bis zu würde der Hersteller garantieren, dass dieser Wert nie überschritten wird. Als Anwender bin ich aber eher daran interessiert zu wissen, mit welchem Wert kann ich denn garantiert rechnen. Also das sind die zwei Punkte Betriebsbedingungen und die Angabe ist es ein Min, ein Typ oder ein Maxwert. Würden Sie es für sinnvoll erachten, dass sich ein Interessent für eine Stromversorgung mit den verwendeten Bauteilen beschäftigt, dass er sich aus der Datenblätter holt zum Elektro-Rückkondensator, zum Leistungshalbleiter, der verwendet wird und anderen griffischen Bauelementen oder ist das einfach zu viel verlangt? Ja, ich glaube, es ist zum einen zu viel verlangt und zum anderen ist aber die Aussagekraft auch sehr beschränkt, weil die Eigenschaften eines Bauteils oder der Stress auf das Bauteil immer davon abhängt, wie es betrieben wird. Welche Temperatur hat es? Welchen Spannungsstress hat es? Wie viel Abstand zu den Maximalgrenzwerten hat es? Und das sind Informationen, die dem User nicht zugänglich sind. Also ich würde sagen, die Anwender sollen ruhig die Aufgabe an den Stromversorgungshersteller delegieren. Der hat dafür zu sorgen, dass die Bauteile passend ausgewählt, spezifiziert sind. Und für den Anwender ist ihm wirklich die Gesamteigenschaft der Stromversorgung wichtig. Die Stromversorgung besteht aus Hunderten von Bauteilen. Wenn er sich da überall reindecken würde, ich glaube, das wäre eine Uferlose. Okay. Jetzt sage ich mal, wenn ich in ein Datenblatt reinschaue, wie aussagefähig sind da die Belastungsprofile? Ist das immer nur der Sweetspot, der da betrachtet wird? Denn es ist ein Unterschied, wo ich eine Stromversorgung einsetze, sage ich mal, für eine Ein- und Ausgangsschranke irgendwo, wo die, was weiß ich, am Tag 50 Mal sich bewegt oder wo ich in der Produktionsstraße ein 24-7-Einsatzmodell habe. Also wie sehr ist das herauszulesen aus Datenblättern? Ihre Erfahrungen noch? Ja, vieles hängt nicht mit der Temperatur zusammen. Und insofern, und zwar die Temperatur der Stromversorgung, die setzt sich zusammen aus der Umgebungstemperatur, den Berüftungen und der Eigenerwärmung. Und da wird eben in Datenblättern oft angegeben, die Eigenschaften bei 25 Grad Umgebungstemperatur. Aber es gibt kaum eine Stromversorgung, die in der Realität, zumindest eine industrielle Stromversorgung, die bei 25 Grad betrieben wird. Also insofern wäre die 25 Grad der, ja, von der Positivdarstellung des Datenplatzes der Sweetspot, 10 Grad wäre vielleicht noch besser. Also nachdem aber eine Stromversorgung an sehr vielen verschiedenen Arbeitspunkten betrieben werden kann, kann man das nicht in einer Zahl zusammenfassen. Deshalb ist es sinnvoll, wenn die Stromversorgungshersteller Diagramme angeben oder Tabellen angeben, wo die verschiedenen Arbeitspunkte spezifiziert sind. Und dann kann der Anwender sagen, ich betreibe sie unter den Bedingungen und dann habe ich dieses Verhalten zu erwarten und dahin zu kalkulieren. Noch einmal abschließend die Frage, wenn ich mir eine Stromversorgung aussuche aufgrund von Datenblattangaben, worauf sollte ich besonders achten? Und muss ich da auch nicht mehr ganz genau ins Kleingedruckte schauen? Ja, ich würde empfehlen, besonders darauf zu achten, sind die Betriebsbedingungen angegeben? Zum Beispiel, vorhin waren wir bei der MTBF. Die Frage, nach welcher Norm ist sie berechnet? Bei welcher Temperatur ist sie? Das hilft dem Anwender sehr. Und dann natürlich, oft sind Betriebsbedingungen nicht erklärt. Dann hilft es, wenn zum Beispiel unten steht, wenn nichts einzeln spezifiziert ist, gelten nominale Betriebsbedingungen. Dann weiß ich als Anwender auch, wo ich bin. Manchmal muss man auch aufpassen, im Kleingedrucken sind ja manchmal auch die interessantesten Hinweise, wie bei Verträgen ja auch oft. Da sind oft Einschränkungen drin und das macht natürlich auch Sinn, sich die anzuschauen. Also es ist leider etwas zeitaufwendig, ein Datenblatt zu lesen, zu studieren. Aber es vermeidet Probleme in der Anwendung. Und man kann, denke ich, auch durch den Vergleich verschiedener Datenblätter auch lernen. Der eine Hersteller spezifiziert vielleicht etwas, der andere nicht. Dann sieht man, wo die Unterschiede sind. Also man kann sich auch selbst Studium durch das Datenblatt betreiben. Okay. Herr Erdl, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben Ihr Interesse geweckt für die Keynote von Bernhard Erdl auf der Battery and Power World am 28. Februar. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Opf.